Kapitel 3 Fassadenarbeit so also dann wo geht es weiter wo genau müssen wir eigentlich hin da war irgendwo ah da ist es offene Fenster ok links rum rechts rum ich glaube darum oder kommen darum ne sieht man nicht so aus das mit glaubt von der anderen Seite genau hier rum da ist das so schwing dich das war schon ein bisschen knapp das war knapp so und rein damit wieder blinkt ein Schatz so ein komisches Gefäß und jetzt der Ring mein Schatz so keine Alarmalage gut nur ne quietschende Tür ja nimm halt gleich alles mit wow verdammt kleiner Na, Victor, wen haben wir denn da? Ist das nicht dieser elende, kleine Taschendieb? Oh oh. Na los, Junge, komm. Du hast keine Chance. Gib sie uns einfach. Und jetzt? Den Ring. Zauberei. Welcher Ring? Catherine! Für wen hältst du dich eigentlich, Junge? Du bist doch bloß ein schmutziger, verwahrloster, kleiner Bengel. Du hast kein Recht, diese Dinge anzufassen. Was zur Hölle machen sie da? Er ist doch nur ein Kind. Schnapp den! Haltet den Jungen! Ja, nach oben, nach unten. Hoch. Hoch ist, glaube ich, keine gute Idee. Ja. Es ist vorbei. Hallo. Ich bin nicht da hochgesprungen, sondern an das blödige Ländler hin. Dann halt nochmal. Er hat den Ring! So, jetzt hier weiter links halten. Jetzt. Hehehehe. Oh oh. Oh Gott. Er will auf das Dach! Ja. Schneller. Bam. Ja, quatsch ich durch. Jetzt komm. Durch, durch. Hehehe. Und weiter geht's. Ach Mist. Komm, 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 komm. Mut los. Okay. Aber doch noch ein bisschen weg. Ach Mist. So, da rechts rum. Hab's gedacht, man muss da irgendwie ausweichen. Na, hallo. Man kommt jetzt nicht übers kürtige Länder da rum. Oh. Ach Mist. Wer sind diese Typen? Jetzt, äh, Tiere, etwa. Komm her, du kleiner Master. Jetzt aber. So. Klettern wir jetzt im Kreis, oder wie? Ja, okay. Ja, ist klar. Ich bin immer noch voll krank. Yeah. Ja. Okay. Ja, der hilft mir sogar. Und hier? Nein. Runter, hoch, keine Ahnung. So, das hat ein kleines Problem, wenn man blind spielt. Oh, jetzt will der. Oder da hoch, halt. Weil man bei so einer Verfolgung ist, die Akte am Bild. Ja. So. Oh, jetzt kommen die auch noch her. Entschuldigung, Platz da. Weg da. Tut mir leid. Ach, du scheiß Kerl. Oh, okay. Und Hörpa. Oh, ich hab's für mich. Oh, ich hab's für mich schon fährt. Oh, was hat er denn hier? Ja, wen haben wir denn hier? Ups. Alles okay. Wovor hast du denn Angst? Schließ einfach die Augen. Es wird nicht wehtun. Na komm. Wissen wir okay? Entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Na los. Deines Haar, wenn du nicht willst. Was willst du von mir? Ein Dankeschön, Bernhard. Ich hab dir vorhin den Arsch gerettet. Danke. Aber was hast du davon? Ich mein... Du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht. Du bist echt nicht ohne, Junge. Wo kommst du eigentlich her? Hör mal. Nichts für ungut. Aber ich kenn dich nicht. Wenn's das ist, weckst du aus Sullivan. Jetzt käme der Teil, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hol ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich. Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben. Keine Kinder. Tja. Mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. Okay, hast recht. Zeig mal her. Na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich längst getan. Danke. Was steht da? Pausen. Zeig Paus Magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Also, den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt. Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat. Das wäre noch nett ausgedrückt. Okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es. Gegen Geld. Und ich stelle keine Fragen. Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nicht nett. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal, war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechiffriergerät. Schau mal hier. Auf seinem Weg um die Welt ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe sechs Monate gebraucht von hier nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut. Er hätte einen Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß. So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun. Ich bin mir todsicher. Na toll. Und Marlo hat es. Das wird dir nichts helfen, ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also, du hast Talent. Aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke. Aber ich komm auch alleine klar. Nathan Drake. Nate. Drake, okay. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Glaub mir. Und... Das war's. Okay, Jungs. Tod. Ich dachte, du machst einen Schalterverdruck auf. Sully. Keinen Sinn für Dramatik. Genau. Ich dachte, du hast gegetzt. Okay. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. Ach, war es für dich auch so schön, Charlie? Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm. Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verliere sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir ein einfaches gedreigiges Loch. Weißt du, bei dir wird sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du? Musik 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 Musik